A 1.3 ermitteln Sie mithilfe des Graphen der Funktion f, nach welcher Zeit sich der Wert des E-Bike-Splits halbiert hat. Dafür habe ich jetzt einfach den Graphen von oben nochmal kopiert. Und im Prinzip heißt es einfach nur lineal anlegen. Wann ist der Wert halbiert worden? 3.500 ist der Anfangswert, die Hälfte von 10.057. Dann ist linear jetzt einmal bei 10.057 anlegen. Nach rechts rüber malen, bis man auf den Graphen trifft. Und dann im Prinzip auch nochmal nach unten eine Gerade zeichnen. Und dann kam den Wert ablesen. Ablesen ist immer ungefähr, also kann man sagen, nach ca. 4,3 Jahren. Und fertig.